Heute waren wir bei der Pferdemesse in Wels. Dort durften Anna und ich gleich bei der Huzun Show mithelfen. Damit hatten wir nicht gerechnet. Natürlich haben wir uns auch alles andere angesehen. Begleite uns auf der Pferdemesse. Wir starten mit der Huzun Show. Vielleicht entdecken wir uns. Heute waren wir auf der Huzun Show. Wir sind sch docking bei der Huzun Show. Dann schau viel zurück. Bei der Huzun Show kann der Huzun Show store und bei der Huzun Show. Ich habe ein bisschen gemachsing. Wenn der Huzun Show kommt, dann holen wir uns auf die Huzun Show. Da sind wir noch in der Huzun Show. Das ist unser Hauptsatz. Die Musurgerei. Das ist der Abwehr. Der Abwehr ist der Abwehr. Der Abwehr ist der Abwehr. Die Abwehr ist der Abwehr. Die Abwehr ist der Abwehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.